M.K. Ja. Was soll ich sagen? Ich hab's vergessen. Herr Gilek, Herr Gilek, den Pax Mutti. Meierleut. Aber ich Meierleut. Ich hab zu spünen. Naa, ich hab's zu spünen. Also, ich habe ein Spünen. Ich habe eine gute壓vorbelle. Ich habe gesagt, dass wir den Pax Blum sehen und Kürchen intimacy. Ich habe gesagt, dass wir uns Gilek nicht verwandt, dass wir dasben Zweig machen. Ich wünsche Ihnen eine Frage zu stellen. Für 100 Kilogramm 30 Kilogramm haben wir über 100 Kilogramm Ich habe einen Ruhm-Mü mit ein paar Wochen. Ich habe gesagt, ich habe einen Ruhm-Mü mit zwei Müren. Ich habe einen Ruhm-Mü mit zwei Müren. Das war's für heute. Danke schön.